Moin ihr Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr so einen Ordner aufhübschen könnt. Ich wollte den nutzen, um so Kleinteile aufzubewahren für meine Kricolagen. Genauso gut könnte man den natürlich auch als ATC-Tauschordner nehmen. Und keine Sorge, es geht auch weiter mit dem Backbuch. Ich habe aber beschlossen, dass ich zwischendurch auch paar andere Sachen mache, wie jetzt war mir das halt auch wichtig mit der Aufbewahrung. Ich habe auch im Backbuch schon einige Sachen, Seiten weiter fertig, aber das Bearbeiten dauert halt auch immer seine Zeit. So, was ich machen werde, ist ganz einfach, ich werde den Ordner beklemen mit Papier und hoffe, ein bisschen aufhübschen dadurch. Was ich machen werde, ich werde hier diesen Eckbereich freilassen, weil da ist ja der meiste Druck drauf. Ich befürchte, Papier könnte reißen und meine Erfahrung ist, ich hatte das probiert, war im Ordner mit Maskingtape hier so rüber zu gehen. Das löste sich. Also vielleicht würde dann Textilband besser gehen. Leider weiß ich, ihr seht den Ordner nicht komplett. Ich hoffe, dass es jetzt für das Video geht. Was ich nehmen werde, ist hier einfach meine Kiste mit Restepapier. Also nichts, kein spezielles Papier. Ihr könnt auch irgendwelche Drucke, gematschten Hintergründe nehmen. Obwohl ich jetzt ein wirklich einfaches und relativ schnelles Projekt ist, hat es halt jetzt eineinhalb Stunden doch letztendlich gedauert, bis ich zufrieden war mit dem Ergebnis. Wie so oft hatte ich jetzt gar keinen Plan, was das jetzt wird, sondern habe einfach losgelegt, gesagt, ich schnappe mir ein Papier, klebe es auf, klebe das nächste Papier auf, da wird schon was bei rumkommen. Und im schlimmsten Fall hat der Ordner halt im Schrank stehen. Oder ich glaube, wir haben hier irgendwie noch paar alte Ordner stehen. Ich hätte dann wieder den nächsten nehmen können. Also da habe ich mir jetzt wirklich keinen Stress gemacht. Wenn ihr schon wisst, womit ihr, sag ich mal, den Ordner dekoriert, dass ihr da ein bestimmtes Tag habt, Stempelabdruck oder was auch immer. Da arbeite ich dann schon ein bisschen anders. Das heißt, bevor ich anfange, halte ich das halt vor den Hintergrund, dass ich zum Beispiel gucke, kann das Teil einen bunten Hintergrund ab, ist beige, grau besser, ist ein schwarz-dunkler Hintergrund gut. Also das mache ich schon, weil ich möchte ja auch schon, dass die Teile gut zur Geltung kommen. Und natürlich ist es so, wenn ich so arbeite, ohne Plan, ich finde es ein bisschen entspannter, aber es ist natürlich auch so, ich muss dann nachher auch mit dem Erlebnis leben und gucken, wie das irgendwie passt. Ich muss auch sagen, hätte ich jetzt vorher gewusst, was ich aufklebe, hätte ich den auch noch ein bisschen anders gemacht, erzähle ich euch dann gleich aber nochmal. So, zum Thema Kleber nochmal wollte ich was sagen. Und zwar hatte ich da wirklich mit meinem Uhu-Kleberanlauf Probleme. Das ist nämlich eine Schummelpackung. Ich habe Uhu-Bastelkleber in die Tombow-Flasche umgefüllt. Das war ein Tipp von der Stempelfreundin. Das hat eigentlich dann auch ganz gut funktioniert, aber das ist, glaube ich, jetzt die dritte Füllung. Und da hat das wirklich gehakt. Deswegen habe ich dann doch wieder lieber den Tombow genommen. Also den Tombow finde ich an sich einen richtig tollen Kleber. Problem ist nur, bei den Papiermengen, die ich in letzter Zeit geklebt habe, wird mir das einfach zu teuer. Das Problem bei dem Uhu-Bastelkleber ist, der kommt mit einer Spitze, die sehr, sehr grob ist. Also mit der ich auch nicht so gerne arbeiten möchte. Also da muss ich nochmal irgendwie so eine Lösung finden. Vielleicht habt ihr da auch noch eine schlaue Idee, was man machen kann oder welchen Kleber benutzt ihr. Bei mir ist es halt so, ich suche da noch nach einer Lösung. Also Prittkleber, also diese Klebestifte kommen für mich nicht in Frage. Da habe ich einfach schlechte Erfahrungen mitgemacht, auch mit dem Markenkleber, dass die Teile dann nachher wieder abfallen. Und deswegen würde ich die nicht nehmen. Genauso den Kleber, sage ich mal, von Action. Den benutze ich jetzt halt nur, weil ich den noch aufbrauchen möchte und auch nur, ja, wenn ich da sowieso mit der Nähmaschine nochmal rübergehe, weil der ist mir etwas, sage ich mal, zu flüssig und da glitsche ich mit meinem Papier halt zu schnell weg. Ich habe auch bewusst größere Papierstücke genommen beim Bekleben, damit der Hintergrund nicht zu unruhig wird. Also gerade hinten war es so, dass ich auf jeden Fall den Straßenplan haben wollte, weil ich den halt toll finde, aber bis er keine Ahnung hatte, wofür ich den gut benutzen kann. Genauso ging es mir vorne mit diesem Papier, mit den Vögel. Das finde ich halt total schön, aber schwierig, das, ja, für ein Projekt einzusetzen. Beim Rücken habe ich die Breite dann doch lieber ausgemessen, um das Papier zuzuschneiden, weil ich habe ein echt schlechtes Augenmaß. Durch die Krümmung wäre das jetzt schwierig geworden, das an der Seite abzuschneiden, dann war mir das so einfach lieber, das wirklich nach Maß zuzuschneiden. Jack, mein Kater, in letzter Zeit hat er sich angewöhnt, dass er sich da rechts oben auf meinen Schreibtisch legt. Also könnte auch sein, dass ihr ihn mal in den einen oder anderen Videos sieht. Ich habe gesagt, solange er da brav liegen bleibt und nicht stört, ähm, dann darf er das. Auf der Rückseite vom Ordner ist ja so ein Loch. Und dann hatte ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Und das habe ich dann angezeichnet. Und ich habe so eine kleine Schere, damit kann man auch ganz gut so durch Papier pieksen, habe das ausgeschnitten. Woran ich hätte natürlich denken sollen, war, dass jetzt das Angezeichnete natürlich kleiner ist. Das heißt, es wäre auch schlau gewesen, bevor ich es aufklebe, das ranzuhalten und zu gucken, ob das passt. Aber ich war da so im Floh drin, dass ich das vergessen habe zu machen. Also seid da schlauer als ich. Erstmal dran halten, bevor man aufklebt. Die Lösung war dann einfach, dass ich das Papier da, sage ich mal, so reinbrückele. Natürlich ist das nicht perfekt, aber ich gehe davon auch aus, dass der Ordner jetzt nicht ewig hält, weil, ach, ich komme nicht aus das Wort. Dieses Teil innen, was ich immer auf- und zu mache, um Sachen reinzulegen und rauszuholen, meine Erfahrung auch nicht ewig hält bei den Dingern. Und deswegen will ich jetzt da auch nicht den riesen Aufriss machen. Jetzt sehen die einzelnen Teile wirklich streng getrennt aus. Deswegen möchte ich das Ganze noch verblenden. Ich nehme jetzt mein Distress Oxides und mein Blending Tool und gehe da jetzt einmal rüber. So, wenn ihr sowas nicht habt, auch nicht so ein Blending Tool. Ihr könnt auch solche Schwämmchen nehmen. Das sind so Kosmetik-Schwämmchen aus dem Druckeriemarkt. Die gibt es für 1,50 Euro, sage ich mal, drum. Und dann könnt ihr auch einfach ausprobieren, was für Stempelfarbe ihr habt, was da halt funktioniert. Das könnt ihr ja auch vorher am Teststück nehmen. Ihr müsst ja nicht gleich euer Originalwerkstück nehmen. So, das sah mir noch nicht dreckig genug aus. Das war noch viel zu sauber. Also habe ich jetzt mein Archival Ink, ich glaube, auf Expresso ist das Mini-Kissen genommen und bin damit jetzt nochmal rübergegangen, damit das noch verschmierter aussieht. Das Kissen ist nicht mehr so saftig, deswegen funktioniert das. Also nimmt da kein super saftiges Kissen. Dann habt ihr da nur verschmierte Farbe. Und vor allem denkt dran, das ist wirklich so, das Stempelkissen leidet darunter. Die Oberfläche raut auf Dauer auf. Das heißt, ihr müsst euch bewusst sein, das ist Verbrauchsmaterial. Den Rand wollte ich noch ein bisschen dunkler haben. Deswegen habe ich ein altes Versa-Feinkissen genommen, was halt auch nicht mehr so saftig ist. Bei mir ist es so, wenn die nicht mehr gut stempeln, werden die degradiert zu Wischkissen. Und dann benutze ich die halt, bis da jetzt keine Farbe mehr drin ist, die Oberfläche komplett aufgeraut ist und dann werfe ich sie weg. Der aufmerksame Zuschauer hat bestimmt schon entdeckt, dass unten da so ein Text ist. Und zwar ist das der Text Fuck this world, I'm going to wonderland. Einer meiner Lieblingstexte. Und ich habe gesagt, das passt halt perfekt zu meinem Album. Und zwar ist es halt im Moment wirklich so meine Einstellung, dass ich sage, das ist so mein Flucht vor der im Moment nicht ganz so tollen Wirklichkeit. Dass ich halt wirklich ins Kreative abtauche und dann geht es mir auch wirklich besser. Zufälligerweise habe ich mir ja erst das Set Alice im Wunderland Weihnachten von Lisa Heinzel gekauft. Ich habe von ihr auch das normale Alice Set. Und dann habe ich auch noch da in der Tüte ausgedruckte Sachen von, ich glaube, Vektoriendesign. Sprechen die sich aus. Ich verlinke euch das auch, falls euch das interessiert. Und habe gesagt, ich mache mir das einfach und nehme halt was von diesen, sage ich mal, fertigen Teilen. Ich habe dann beschlossen, dass ich diese großen Gläser nehme. Also für, ich hatte die ausgedruckt. Ich habe echt ein schlechtes Augenmaßengemerkt. So, ui, die sind aber riesig. Aber für den Ordner ist das ja richtig gut. Also die würde ich mir jetzt zum Beispiel auch beim nächsten Mal in einer kleineren Größe ausdrucken. Jetzt weiß ich ja, wie groß die sind. Und das ist auch der Charme, was ich gut beim digitalen Papier finde, ist, dass ich mir das in einer passenden Größe halt ausdrucken kann. Was ich halt meistens mache, aber auch nicht immer, ist den Rand halt nur zu schattieren. Und bei solchen größeren Teilen nehme ich dann auch einfach mein Blending-Tool mit schwarzer Farbe, weil das schneller geht. Jetzt kann ich mich auch meinen Text aufkleben. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, hätte ich das von Anfang an geplant, dass ich diese Gläser benutzen möchte, dann hätte ich den Hintergrund noch dunkler gemacht. Also richtig schön dunkel, damit die richtig zur Geltung kommen. Ich finde, es ist jetzt okay, aber es hätte jetzt noch, sage ich mal, optimaler sein können, der Hintergrund. Ich male mir jetzt hier so grob eine Umrandung. Das ist ja, wisst ihr ja, das ist meine Macke, das male ich eigentlich bei fast allen Projekten. Auch bei den nächsten Teilen, die ich aufklebe, habe ich das bereut, dass ich nicht dunklere Farben genommen habe, weil die Sachen so viel besser zur Geltung gekommen wären. Aber hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Das sind Sachen, die ich mir dann einfach unter Lernerfahrung abspeichere und sage, nächstes Mal mache ich das dann einfach anders. So, und ich wollte halt gerne diese zwei Teile haben, dieses Drink Me und Eat Me, das ist jetzt auch aus diesem Weihnachtsset, weil ich die schön finde und ich finde, die passen natürlich super auch zu diesen beiden Gläsern. Deswegen, ich habe die dann halt schattiert am Rand, bevor ich die aufgeklebt habe. So, und ich glaube, das ist halt wirklich, also das könnte mein zweiter Monliner sein, da muss ein Rand hin oder irgendwie so. Also habe ich da noch einen Rand gemacht und zwar habe ich gesagt, ich wollte das auch so ein bisschen kriegelig haben, also bin ich da so zwei-, dreimal rum. Das ist wieder jetzt mein 0,05 Fineliner, also wirklich meine Allzweckwaffe. Ich habe gemerkt, mir fehlt da noch was Rotes und dann habe ich meinen Fleckenstempel rausgeholt und bei diesen Flakons noch jeweils so links und rechts mit Rot gestempelt. Das ist übrigens auch der gleiche Rotton, mit dem der Text gestempelt ist. Ich wollte halt ganz gerne hier dieses Tag mit der Queen of Hearts benutzen, das von diesen Vektorien-Designs. So, und dann habe ich halt ein bisschen rumgewühlt, was da zu viel passt und so weiter. Und das hat alles nicht gepasst, also auch nicht von der Größe und so weiter. Also habe ich die beiseite gelegt und dann auch nachher beschlossen, die kommt halt eben auf die Rückseite. Die finde ich A, nicht zu lange auf einer Idee, die man durchsetzen will, rumzukauen, sondern dann auch sagen, so, okay, jetzt mache ich das anders. Und das Zweite, was für mich immer wichtig ist, zügig weiterarbeiten. Also gar nicht so sehr an Stocken zu kommen und zu denken, dass nicht die Gedanken aufkommen können, halt, oh, das klappt jetzt alles nicht, sondern zu sagen, so, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich halt da vorne dieses Ticketteil erstmal aufgeklebt. Das ist ja der Zauber des digitalen Papiers. Ich habe mir das jetzt nochmal ausgedruckt, weil ich fand, die Alice passte nicht zu der Red Queen und ich wollte gern den Hasen haben. Und ich habe dann auch nochmal rangehalten, passt das vorne? Nee, passt nicht wirklich. Und deswegen habe ich das dann jetzt halt auch wirklich hinten aufgeklebt, wobei ich jetzt natürlich meinem Hasen wieder meine Macke durchkam, dass ich da gerne Rahmen haben wollte. Da habe ich aber auch gesagt, ich mache mir gar nicht mehr die Mühe, dass ich jetzt sage, diese Striche müssen gerade sein, weil das kriege ich eh nicht hin, sondern ich mache das dann bewusst auch so ein bisschen schiefer manchmal, damit das halt auch wie so das Stilmittel aussieht. So, diese Uhr aus dem Set finde ich halt auch total klasse. Und war zuerst so am Überlegen, machst du das wieder auf die Rückseite von dem Ordner, das zu kleben oder nicht? Und dann dachte ich so, ja, warum denn nicht? Also vor allem, dann passt es ja auch zu diesen anderen Ordners für die Papierteile. Und der Gedanke war ja auch, die Uhr symbolisiert halt, dass ich Zeit spare, weil die Sachen halt schon vorbereitet sind. Ihr seht, da habe ich wieder den Rahmen gemalt und habe mir dann auch überlegt, dass sich da auch am Rand noch mit Rot stempeln werden. Da habe ich allerdings jetzt so einen gröberen Kleckselstempel genommen. Ich hatte auch dann noch im Vorfeld ein Teil, was ich so gerne benutzen wollte, und zwar hier diesen Froschdiener. Hatte jetzt aber wieder das Problem, dass der Hintergrund halt zu hell war. Also sollte ich diese Teile nochmal benutzen und das vorher wissen, werde ich den Hintergrund wirklich dunkler machen. Diesmal war es aber wirklich so, dass das gar nicht ging. Deswegen habe ich dann schwarzes Papier genommen. Ich habe mir da einfach so ein Stück rausgerissen und da grob den Rand zurechtgerissen. Also ich mag es auch, wenn das halt so ein bisschen gröber aussieht. Und da war es wieder, dass ich natürlich da auch wieder meinen Rahmen haben wollte. Dafür habe ich dann einen weißen Gelstift genommen, habe da auch noch so ein bisschen ein paar Punkte und hier und da zwei Striche so ergänzt, damit das so ein bisschen lebendiger aussieht. Mir fehlte oben rechts in der Ecke noch eine Kleinigkeit und da habe ich halt gewüht und habe dann so aus so einem Ticket den Hasen ausgeschnitten und da hingeklebt. Das passte für mich von der Größe sehr gut. So, als nächstes wollte ich den Hintergrund noch so ein bisschen bestempeln. Das mache ich meistens auch erst, wenn ich weiß, wie das ungefähr aussieht. Ich habe mir letztes Jahr den Adventskalender von Art by Marlene gegönnt. Da waren einige Hintergrundstempel bei und eine Metallbox. Und in der Metallbox habe ich jetzt diese Stempel von dem Adventskalender, meinen Lieblingskleckse-Stempel, den Lieblingstext-Stempel und noch so ein paar Kleckse-Stempel drin, weil die brauche ich wirklich halt ständig und die möchte ich dann auch am Platz haben, dass ich die halt auch gleich greifen kann. Das Einzige, was mich an den Art by Marlene-Stempel stört, ist, dass da noch so viel Gummi drum ist. Wie ihr seht, habe ich da jetzt so einen dicken Rand mit gestempelt. Da muss man schon aufpassen, dass nicht zu viel Stempelfarbe an den Rand kommt. Ich konnte jetzt auch halt mit Versafilen stempeln und schöne dunkle Abdrücke damit bekommen, weil das meiste eben Designpapier ist. Was ich hier auch noch haben wollte, waren so orangene Kleckse. Da habe ich mir jetzt meinen Posca-Pen geschnappt, habe immer so einen größeren Kreis gemacht und immer so zwei Punkte daneben. Für die Feinmetorik ja, nehmt einfach Acrylfarbe und einen Feinpinsel, das funktioniert ja genauso gut. Ich finde es halt mit diesem Stift für mich einfacher und auch schneller. Ich habe auch gemerkt, das Projekt ging mir nicht ganz so schnell von der Hand, deswegen habe ich dann erstmal hier hinten auch wieder einen Rahmen gezeichnet. Jetzt habe ich mir da so ein Fähnchen ausgeschnitten, auf schwarzes Papier geklebt, und außen dann halt auch noch einen weißen Rahmen gemacht. Ja, irgendwie lief das Projekt nicht richtig. Ich habe dann echt lange gewühlt, bis ich dann beschlossen habe, dass ich dieses Glas mit der Alice nehme. Die guckt, schiebt da ja einen Vorhang zur Seite und da ist diese Minitür. Und dann habe ich den Text da draufgeklebt, Curiosity often sleep to trouble. Entschuldigung, mein schlechtes Englisch. Neugierigkeit führt oft zu Ärger. So, ich habe dann noch ein bisschen gewühlt. Und zwar habe ich da diesen Dodo auch gefunden und den finde ich total toll und wollte den auch gerne benutzen, aber der passte nicht. Und dann war ich da wieder am Rumpuzzeln und Machen. Und letztendlich habe ich mich dann ja auch entschieden, dass ich den auf die Rückseite von dem Ordner klebe. Natürlich kann man die Sachen besser drapieren, wenn man sie nicht wirklich sofort festklebt. Aber das ist so meine Arbeitsmethode, dass ich auch sage, ich möchte mich einfach festlegen und nicht immer, sage ich mal, alles in Zweifel ziehen und die Gefahr laufen, dass ich das 10, 20 Mal umdrapiere. Ja, statt den Dodo habe ich dann diese Karte genommen. Finde ich auch toll. Da habe ich ein paar von diesem Vektorien-Design. Wollte dann auch gucken, dass ich das kombiniere, aber das wäre einfach mit der Red Green wirklich zu viel geworden, wenn ich da diesen Dodo noch genommen habe. Ich habe dann auch ein paar Varianten ausprobiert, bis ich das dann doch anders gemacht habe. Ich habe mir dann noch einen Text für die Rückseite rausgesucht aus meiner Rest-Text-Tasche. Und zwar den Text My Defense I was left unsupervised. Also ich war unbeaufsichtigt und habe den da auf die Uhr geklebt. Mein Gedanke war, ja, da hat keiner aufgepasst. Und da habe ich wieder Sachen ausgeschnitten. So, ich habe dann während jetzt mein Drucker was druckt, mir noch Texte rausgesucht. Und auf der Rückseite kommt mich noch Just because my path is different doesn't mean I'm lost. Also nur, weil mein Weg eine andere ist, bedeutet das nicht, dass ich verloren bin. Den finde ich ganz schön, weil ich denke mal, generell hat ja jeder seine Arbeitsmethoden. Und ich weiß auch, einige würden sagen, oh Gott, oh Gott, die klebt das auf. Muss mehr nachdenken. Aber das ist halt mein Weg. Jetzt habe ich auch den Dodo, dass ich gesagt habe, so, der kommt jetzt hinten drauf. Damit ist meine Rückseite auch soweit fertig. und so sieht dann die fertige Rückseite aus. Ich habe mir jetzt noch zwei Sachen ausgedruckt von diesem Vectorien-Design und habe festgestellt, dieses Steampunk war leider doch zu hell, dass ich was Dunkleres brauche, damit ich da vorne so ein Dreier gespannt habe aus der Red Queen und den Hasen. Ich hätte auch gerne diesen März-Hasen genommen. Den finde ich halt total toll. Es hat aber nicht gepasst, deswegen habe ich die Alice mit dem Schwein genommen. Ich habe dann halt noch so bei den Texten, die Texte rausgeholt und habe dann gemerkt, ich war tierisch gemervt, weil ich noch was gesucht habe, dass alles so durcheinander ist mit diesen ganzen Tickets, diesen Anhängern und so. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich, bevor ich mit dem Backbuch weiter arbeite, erst mal mich darum kümmere, dass ich mir so einen Ordnungsordner für diese Teile mache. Ich wollte mich gerne irgendwie in den Mad Hatter, da fehlte mir noch was. und da war ich halt so am Bühnen gewesen und habe dann beschlossen, dass ich da einen Text neben packe und zwar Follow your heart but take your brain with you. Den habt ihr bestimmt auch schon mal bei mir gesehen, bei dem einen oder anderen Projekt. Und ich finde das auch generell so einen guten Rat. Also man sollte schon so auf Bauchgefühl hören, primär, aber auch so ein bisschen mit noch nachdenken. Ich bin beim Dreier gespannt. Wollte ich gerne, dass die Red Queen da noch einen Text kriegt. Ja, ich habe zu viel Resident Evil geguckt, deswegen sage ich Red Queen. Und zwar habe ich dann den Text genommen Why is a raven like a writing death? Den hatte ich mich auch noch in schwarz gestempelt. Den habe ich ja auch vorne bei dem anderen Album und ich finde, das passt auch total. Weil diese Frage könnte ich auch rausschreien, weil es gibt darauf keine Antwort. Es ist auch so gedacht, dass es keine Antwort gibt, aber trotzdem macht es mich wahnsinnig. Und jedes Mal, wenn ich diesen Text sehe, denke ich da wieder drauf nach. Also wenn ihr wisst, warum ein Rabe wie ein Schreibtisch ist, schreibt mir das doch bitte in den Kommentar, um mein Elend zu der Händen, dass ich da immer grübeln muss. Ich habe mir jetzt noch solche Rub-Ons rausgeholt. Das ist eigentlich so Streichelmaterial, was mir schwerfällt zu benutzen, weil es a halt nicht ganz günstig ist und b ich da nur zwei Blätter von habe. Aber ich habe halt auch entschieden, dass ich, ja, es gibt kein Streichelmaterial mehr. Und gerade, wenn das für mich ist, dann kann ich das, sage ich mal, dass ich auch mal in Anführungsstrichen gutes Material benutze. Da habe ich mich jetzt echt geärgert, weil beim Totenkopf ist das, was jetzt da bei dem Gesicht war, nicht mit abgegangen. Das hatte ich beim anderen Projekt auch schon gehabt. Und ich habe dann improvisiert. Hier könnte man die Titelmelodie von Puschen mit Sonja bitte einspielen. Ich habe da einfach dann so einen Katzenkorb rübergeklebt. Man sieht dann leider zwar immer noch so ein bisschen den weißen Hintergrund, sieht aber besser aus als vorher. Ich habe hier auch den Text noch Rebell mit aufgeklebt. Das fand ich ganz schön. Wie soll ich sagen, da fehlt mir noch was. Und zwar habe ich dann entschieden, dass ich die Alice auf dem Fahrrad ausschneide und dorthin klebe. So, ich habe noch ein paar von diesen Rob-Ons verteilt. Und zwar schneide ich die immer auseinander, weil ich habe festgestellt, ich bin zu grobmotorisch. Wenn ich das Blatt darauf lege, dann sind dort die ein, zwei Teile, die daneben liegen, dann auch irgendwie mit auf dem Blatt, was ich gar nicht wollte. Dann ist es auch so, dass ich noch wirklich am Grübeln bin, wie ich die am besten da, sage ich mal, von der Folie kriege. Also bei denen von Tim Holz ist jetzt halt da so ein, ich sage mal, so ein Eichstiel dabei. Den finde ich aber auch nicht so ideal. Manchmal mache ich das einfach mit den Fingern, meinen Fingernägeln, das Werkzeug der Natur. Da würde mich das zum Beispiel auch interessieren, wie macht ihr das denn? Gibt es da vielleicht noch so einen Geheimtipp, den ich gar nicht kenne? Also würde ich mich freuen, wenn ihr einen Geheimtipp habt und ihr den mit mir teilen würdet. So, jetzt kommt es wieder oben rechts, da fehlte mir noch was. Ich habe dann den Text genommen, Zuckerbrot ist gerade, ist gerade alle. Steckt jetzt auch nicht viel dahinter, aber manchmal ist es so, ich peitsche mich dann ja manchmal auch so ein bisschen durch meine Projekte. Auf der anderen Seite bei dem Mad Hatter habe ich dann aus so einem Ticket den Text rausgeschnitten, We are all mad here und das passt ja eigentlich zu uns Kreativen auch, weil ich glaube, jeder Kreative ist auf eine positive Weise verrückt, weil ganz, seien wir doch mal ehrlich, welcher normale Mensch bietet eine leere Küchenrolle oder Klorolle und denkt, daraus könnte ich ja was Tolles machen. Also ich glaube, die meisten Kreativen lachen, wenn dann irgendwie dieser Witz kommt, heute Selbsthilfegruppe der anonymen Bastel-Messis, heute werfen wir eine Küchenrolle weg. und ich finde, verrückt sein ist auch, muss nicht schlecht sein, sondern verrückt heißt ja nur, dass man aus der Masse ein Stück beiseite gerückt ist. So, ihr habt es am Ende des Videos geschafft. Ganz lieben Dank, dass ihr mich da mitbegleitet habt, wie ich diesen Ordner gemacht habe. Ja, ihr wisst, jetzt kommt das Sprüchlein. Über ein Like würde ich mich freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder Wünsche, lasst mir einen Kommentar da oder auch einfach nur so. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, den ich bekomme. Und natürlich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und auf den Laufenden bleiben wollt, klickt einmal auf Abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss.